Glauben Sie, Alice Schwachze hat freiwillig ihre Steuern nach erklärt. Der haben sie auch Druck gemacht. Nicht aus Deutschland, nein aus der Schweiz. Wissen Sie eigentlich, was inzwischen in der Schweiz los ist? Die Schweizer Banken haben nämlich richtig Stress. Das Steuerabkommen ist ja gescheitert. Und das geht hier gar nicht mal um Uli Hoeneß. Sondern die Schweizer Banken haben begriffen, die kriegen richtig Ärger. Die werden nämlich verklagt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die Amerikaner haben die schon totgeklagt. Mit Milliardenstrafen haben alles offengelegt, was Amerika betrifft. Und die haben Angst, dass aus Europa der Rest jetzt auch kommt. Und da haben die Schweizer Banken im letzten Sommer ihren Kunden gesagt, pass mal auf, wenn ihr hier Geld habt, das bis jetzt in Deutschland unbekannt war, mit Fiskus, dann macht euch jetzt bitte ehrlich. Ihr müsst bis Ende des Jahres eine Bescheidigung vorlegen, dass das Finanzamt in Deutschland weiß, was ihr hier habt. Und wer das nicht vorlegt, der kriegt das Vermögen in Form eines Bargeldschecks ausgezahlt. Und da können Sie mal gucken, wo Sie den einlösen. Und deshalb haben wir 60.000 Selbstanzeigen, meine Damen und Herren. Das hätte ihr doch niemals verwillig gemacht, die Schwarzer. Die haben wir doch jetzt noch rum. Na, 10 Jahre hat sie nachgezahlt. Jetzt werden wir aber quitt, was wir jetzt eigentlich noch wollten. Wir sind nicht quitt, du Bild-Zeitungs-Nutte. Und es geht ja auch nicht darum, die Frauenbewegung zu diskreditieren oder anzugreifen. Es geht genau um dich. Du hast vor 30 Jahren das Geld verschleppt. Damals hast du die Steuern nicht gezahlt, seitdem nicht. Das Geld, das uns da gefehlt hat, haben wir aufnehmen müssen, dafür zahlen wir heute noch Zinsen. 30 Jahre hinterzogen, 10 Jahre nachgezahlt. Und dann sagen wir, wir sind doch quitt. Was ist denn das für eine Moralvorstellung, die sich hier eingeschlichen hat? Diese Leute, die immer sagen, ja, die Steuern sind aber auch so hoch, da muss man ja schon in die Schweiz. Ja klar, bei Karstadt ist es so teuer, da muss man klauen. Und da kommen sie immer und sagen, ja, aber die Amerikaner, die zahlen viel weniger Steuern. Ja, aber das, was die zahlen müssen, das wird doch eingetrieben. Der amerikanische Fiskus ist da richtig hinterher. Die IRS ist genauso gefürchtet wie die NSA. Jeder Amerikaner, der im Ausland Geld verdient, muss das in den USA versteuern. Bei uns ist das nicht so, ne? Nein, nö, Vettel, Beckenbauer, die leben in Österreich oder der Schweiz und zahlen keine Steuern hier. Schuhmacher auch, um den sie alle so große Sorgen machen. Da sage ich immer, Schuhmacher ist auf der Steuerflucht für den Felsen gelaufen. Da was soll ich denn da Mittler mit haben, meine Damen und Herren? Hatte der Mittler mit uns? Der Mann ist in die Schweiz gezogen, als er 80 Millionen D-Mark verdient hat damals, pro Jahr. Da hat der offiziell gesagt, Spitzensteuersatz zu zahlen finde ich unfair und ist abgehauen. Der hat uns 10 Jahre lang jedes Jahr mindestens 35 Millionen hinterzogen. Dann spendet der bei der Oderflut eine Million und da wird ihm ein Denkmal gesetzt. Der tolle Schuhmi und alle sind begeistert. Wie kann man denn so einen Menschen zum Idol machen? Das ist ein asoziales, egoistisches Charakterschwein. Und das muss man nochmal so aussprechen. Vielen Dank. Vielen Dank.